Wahrscheinlich hat jeder Trader schon einmal über das Thema Automation nachgedacht, aber natürlich ist damit Aufwand verbunden. Warum sollte ich sowas Kompliziertes wie Programmierung überhaupt in Erwägung ziehen? Gibt es einen Grund dafür, so viel Zeit, Geld und Mühe zu investieren, um mein eigenes Trading zu verbessern oder zu automatisieren? Meiner Meinung nach gibt es mehrere Gründe. Der erste und für mich am entscheidendste Grund ist die Möglichkeit, dass ich testen kann, was passiert und was passiert wäre. Durch den Import von historischen Handelsdaten habe ich die Möglichkeit, mit dem Metatrader 5 alle die Dinge nachzurechnen, die im letzten Jahr passiert wären, wenn ich mit meinem System entsprechend automatisch gehandelt hätte. Der zweite entscheidende Grund ist die Möglichkeit, den gleichen Test noch einmal mit leicht veränderten Einstellungen vorzunehmen und zu schauen, ob sich durch die Veränderung von einem einzigen Parameter mein Ergebnis verbessert oder verschlechtert hätte. Der Backtest für ein ganzes Handelsjahr nimmt nur wenige Minuten in Anspruch und ich kann so sehr schnelle Erkenntnisse erzielen, für die ich als diskretionärer Trader Monate benötigen würde. Und letztendlich erziele ich immer ein Ergebnis mit messbaren Werten, welches ich nach und nach immer weiter verbessern kann. Danach lasse ich die von mir erstellten Systeme im Echtbetrieb über Monate hinweg gegeneinander antreten. Und das automatische System, welches über einige Monate im Echtbetrieb die besten Ergebnisse produziert, dient dann wieder als Grundlage für die nächste Serie von neuen verbesserten Automatiksystemen. Alle diese Systeme handeln rund um die Uhr in mehreren Währungspaaren 24-7, ohne dass ich selbst etwas dafür tun muss. Die Automation und das Backtesting von Handelssystemen erlaubt Ihnen, in wenigen Minuten viele tausend Trades zu handeln und daraus Ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Sie produzieren damit ein Ergebnis, welches messbar ist und das sich kontinuierlich verbessern lässt. Statt Wochen, Monate und Jahre zu investieren, um jeden Tag manuell immer dasselbe zu tun, macht es durchaus Sinn, einmal etwas Zeit und Geld zu opfern und das mit der Automation vom Metatrader 5 richtig zu lernen.